Hallo alle zusammen, mein Name ist Anna Paula. Ich komme aus Brasilien und lebe seit 1992 in der Schweiz, in Bern. Und was ich erzählen möchte aus Brasilien, ist über die Novena de Natal. Das ist die Weihnachtsnovena. Das ist eine der schönsten Bräuche in Brasilien in der Weihnachtszeit. Und zwar sehr Besonderes ist, dass man sich nicht in der Kirche trifft, aber zu Hause bei den Familien, Angehörigen, Freunden, Nachbarn. Und das ist ganz im Sinn der Brasilianer und Brasilianerinnen, weil sie Leute sehr gerne zu sich nach Hause einladen. Auch spezial ist die Katholische Kirche publiziert ein Büchlein. Es sieht so aus. Und das ist das gleiche Büchlein für das ganze Land. Im Büchlein sind neun Texte aus dem Evangelium mit Fragen zur Reflexion. Und das Besondere daran ist, ganz Brasilien macht das Gleiche über die gleichen Themen, das gleiche Gebete, die gleichen Gebete. Was ich auch sehr schön finde, die Gebete führen zur Reflexion und Reflexion gezwungenermaßen zur Aktion. In meiner Stadt zum Beispiel sind sehr viele kleine soziale Projekte daraus entstanden, was ich sehr im Sinn von Weihnachten finde. Das ist alles und ich wünsche allen ein Feliz Natal. Und das ist alles und ich wünsche dir, dass ich mich sehr, 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 sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.